Ein Ford Fiesta ist hier zum Verkauf angeboten. Der wendige schwarze Kleinwagen ist fünftürig und bietet Platz für fünf Personen. Der Kleinwagen bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, Bluetooth, Einparkhilfe, ABS und vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Benziners überträgt eine Leistung von 82 PS. Der angegebene Verbrauch liegt bei 5,2 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 13.869 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Sie können соп celebratingudsaden. Der Eingeste wir in K Cindy appelle das Dr. ist das Neue von Karin. anted, es ist sehr wichtig. Vielen Dank.